Hallo zum Besten Ever Lego Star Wars Adventskalender 18 Unboxing von Kernspieler. Ich bin, wie man merkt, zunehmend euphorischer. Aber gut, es gibt ja auch eine gute Seite. Wir werden langsam fertig. Tag 15. Oh, eine Figur. Eine fast coole Figur. Na gut, dann schauen wir mal. Vorteil solcher Figuren, sie gehen schnell. Man muss nicht so abzappeln, wie sie zusammenkommt. Das ist gleich die mit den nächsten Bauteilen die ich bisher hatte. Vier Stück. Das ist ja wohl wirklich simpel, da brauchte ich nicht mehr, damit meine Anleitung könnte. Die Type hat einen Kopf oder hat einen Gesichtsausdruck, der grrrr sagt, grrrr. Aber ist egal, er hat nicht einen Helm auf. Ein schwarzer Nicht-Vader in Stormtrooper in Schwarzheit. Na ja gut, ich meine, was soll ich dazu sagen? Ich habe schon Schlechteres zusammengebaut, diesmal, was natürlich eigentlich auch eine traurige Aussage ist. Das war dann, wenn ich meinen Zähler oben anschaue, das wird eine echt kurze Episode. Ich könnte jetzt noch irgendeinen Schwank aus meinem Star Wars Fandom erzählen, wenn ich denn ein Star Wars Fan werde. Bin ich nicht. Egal, dann war es halt ein bisschen kürzer. Macht nichts. Bis morgen. Tschüss. Guck, 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 guck. Vielleicht noch ein bisschen, die Finger zumindest.